Jogi Löw hat den Ball noch gut unter Kontrolle und auch sein Team. Mit dieser Mannschaft bestreitet er am Samstag in Hamburg sein 140. Länderspiel als Bundestrainer. Sein Ziel ist es, 2018 bei der WM in Russland erfolgreich den WM-Titel zu verteidigen. Kapitän Manuel Neuer hofft, dass Jogi Löw noch lange weitermacht. Uns allen gefällt es sehr gut, dass Jogi Löw Bundestrainer ist. Er hat sehr viel Erfahrung und ist in seiner Zeit immer mit der Moderne mitgegangen. Gestern noch leicht erkältet, stand Ilkay Gündogan heute wieder auf dem Trainingsplatz. Nach langer Verletzungspause möchte er gerne die Lücke füllen, die Bastian Schweinsteiger im Nationalteam hinterlässt. Ich würde mich extrem freuen, wenn meine Karriere ähnlich verläuft wie die von Bastian Schweinsteiger, sowohl auf Klubebene als auch auf Nationalmannschaftsebene. Wir wissen alle, was er für den deutschen Fußball getan hat. Vor sieben Jahren kehrte Mustafi dem HSV den Rücken und ging nach England. Mit der Nationalmannschaft kommt er jetzt als Weltmeister ins Volksparkstadion zurück. Es ist ein Verein, der eigentlich auch alle Voraussetzungen hat, auch da oben mitzuspielen. Und deswegen war es für mich halt einfach immer, wenn ich das so ein bisschen mitverfolgt habe, eigentlich schade, den Verein da unten zu sehen, weil ich hatte eigentlich drei super Jahre hier. Das Länderspiel im Volksparkstadion ist ausverkauft. 50.000 Fans werden das DFB-Team anfeuern. Tschechien ist der stärkste Gruppengegner. Ziel ist es, Gruppenerster zu werden. Es wäre der 94. Sieg in seiner Karriere als Bundestrainer.